Tag Kollegen, lasst mal durch. Wie viel lang? Ein Schaden. Hier noch ein Haus hin. Ja, komm. Jetzt ist da eine Kuh auch noch drin. Der arme Bauer. Wo hast du Kuh? Na, beim letzten verbliebenen Bauern. So. Hat er gut zu tun. So, drei. So. Ja. Armer Mann. Das ist auch wirklich schwer. Ich wollte gerade. Bitte. So, jetzt hier. Kannst du aber wieder anpflanzen jetzt. Schluckluckluckluckl. Und nicht auffällt. Und nicht auffällt. Rocket, ich wollte gerade sagen, ja. Ich wollte gerade sagen, Rocket mich mal jemand, weil ich hatte, ich war so geduckt. Ich wollte mal gucken, ob das vielleicht dann nicht mehr fällt. Bäume wird jetzt im Parallel hinflogen. Das ist aber sehr schön. Das ist aber sehr schön. Ja, okay, wir sind wieder in den Bereich angekommen. Super. Wir sind überhaupt nicht kindisch. Nein, gar nicht. Nein. Gab's den noch? Waren wir noch nie. Funktionierte das? Nee, irgendwie nicht. Funktioniert das nicht. Granted the mighty power of Dorshammer by Jehovao. Achso. Also funktioniert es doch. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt kannst, aber du hast jetzt Thor's Hammer. Ja. Keine Ahnung. Jetzt nicht mehr? Ich weiß nicht, was Thor's Hammer kann. Wenn ich jetzt irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch Granted the mighty power. So denn. Jo, setz dich doch mal in normalen Modus und lass dich mal von Kai hauen. Ich könnte mal ne Kuh haben, aber es blüht. Das ist auch was ich redet. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Hat er dich gehauen, arme Kuh? Soll ich ihn hauen? Ich kann bloß dran nicht. Warte doch. Woher hab ich denn jetzt? Kann man eigentlich, wenn man in der Luft ist, gerocketet werden? Das funktioniert nicht so richtig gar nicht. Doch. Und wenn man dann einfach mal so fünf Blöcke weiter hochguckt. Und nochmal? Ja und alles gut. Hi. Mein Schwachsinn. Ja, was können wir den Brüdern denn noch bauen? Mit, äh, Taberne oder sowas? Ja, so ne Kneipe wär cool, oder? Ja. So geht hier offen. So ne Underground Kneipe bauen? Ja, ne Baum muss jetzt leider doch wieder weg. Ist die Uhr schon wieder rausgeflogen? Ne, ne, ne. Guck gerade, was es noch für Befehle gibt. Jetzt hast du mich genau dem Baum entgegen gerocketet. Ein Stück Holz, was ich weggehauen hab. Das mit dem Glitz gab es ja auch noch, oder war das das, wo jetzt... Ja genau, das... Ich such das gerade von... Wir haben so viele drauf, ich find das nicht. Oh, jetzt ist es jetzt ein Zombie geworden. Doch, wo wurde ein Zombie? Die lassen Wolle fallen, wenn sie zum Zombie gehören. Nein, da hab ich vorhin ein Schaf geteilt. Ach, das war das Schafgefilge. Geht tot, Mensch. Hi, wo du weg von den Gebäuden stehst? So, ja, Mo. Äh, coole Frage, Moment. Ich hab's nur rumsen gehört. Ich hab nix gesehen, ja. Ich hab auch nur rumsen. Mach nochmal. Ich weiß... Wo bist denn du? Hinten. Ah, da hinten bist du. Okay, Moment. Dann nochmal. Oh, oh, das ist lustig. Ähm, okay. Du musst gerade den Wald in Brand nicht stecken. Das ist Fire Barrage. Aber was... Warum ballert es dann von mir weg, lauter so Feuerbälle? Ich weiß es nicht. Hm. Wie nennt sich das? Fire Barrage. Wie schreibt man das? B... Also zusammengeschrieben Fire und dann B-A-R-R-A-G-E. Barrage. Und dann den Arm. Ja. Ich bin grad mitten im Dorf, so wie du. Die ist so in die Luft geschossen. Zilsam. Habt ihr Spaß? Das ist schön. Wichtig, Mark. Funktioniert noch. Schade. Sehen sie, sie sagt, du kannst das Lohn. Es gibt auch einen der Heiß-Reverse. Dacht jetzt, dann geht sie rückwärts, so gesehen, oder halt, als in die andere Richtung. Hm. Ah, jetzt weiß ich wieder, was das war. Das ist immer so geil. Was? 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 Es funktioniert! Seinen Baum sind los, ne? Schock war der Befehl. Gröser. Achtung, ich steh auf den Maus. Ich wollte grad sagen. so wieder runter Prozent es ist schon witzig aus der Linie mehr bewegen und jetzt los das ist so gut und es sollte geworden der NM das ist der Weg ich weiß es nicht ihr habt doch mit jetzt du Arschloch mach das weg Moment mal wir haben ja nichts mit dir gemacht deswegen ist es kein Sinn dass du jetzt blockiert bist jetzt geht's doch wieder, ich konnte mich nicht bewegen eben ging nicht mehr das lebt sich bescheuern jetzt ist halt doch nichts ach schön achja ich bin ja nicht mehr au und wieder sag mal zu mich verarschen ich geh in creative und kann mich nicht mehr bewegen ich fliege hui du bist jetzt nur so gehüpft und dann irgendwie zur Seite oder so du hast halt nicht richtig geslappt ich kann mich nicht rühren ja was hast du vorhin gemacht? reverse oder was? ich nicht jo aber das hab ich wieder zurückgenommen deswegen also ich darf das gar nicht mehr und jetzt in reverse aber ich kann weder rauf noch runter noch sonst irgendwas da steht sie in der Luft tja weiß auch nicht hier passiert gar nicht ach bei mir ist der Thor's Hammer jetzt weg vielleicht hast du es bei hier auch nicht geplant vielleicht hast du es bei hier auch nicht geplant ja ja aber jetzt ist es du hast es vorher zweimal aktiviert ja weil das ein anderer Befehl ist wie kann man dann das reverse wieder wegnehmen? un-re-verse biere ich jetzt mal auch wenn ich nicht glaube dass es funktioniert ja ja jah danke tida ich glaube nicht dass das was mit dem Befehl zu tun hat aber ja aber irgendein Grund muss das ja haben dass ich mich nicht mehr mehr rühren kann wenn ich hier irgendeinen Crate Mode unterwegs bin Was ist denn hier los? Oh, du hast das Skelett wieder ausgebuddelt, das ich vorhin eingebuddelt hab. Ey! Oh, jetzt kommen wir nicht raus. Also so kann ich mich ganz normal bewegen. Hm, was auch immer das jetzt grad war, ich hab keine Ahnung. Geht's jetzt wieder? Kannst ja nicht. Nee, ich bin nicht im Game-Mode. Und ähm... Ich trau mich nicht. Also laufen geht. Das geht auch. Ja, und wenn ich fliege, dann geh ich so zwei, drei Blöcke in die Luft und das war's. Und dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Jetzt auch wieder? Ja. Was ist denn das? Was zur Hölle? Warte mal. Guck mal grad, ob das auf meinem anderen Körper auch so ist. Ist ja kurios. Nee, hier ist das nicht so. Was habt ihr mit mir gemacht, ihr kleinen Arschlöcher? Nichts. Also nicht sowas. Ja, aber was muss... Bleib stecken, jedes Mal. Was wird das eigentlich bewirken? Was wird das eigentlich bewirken? Oh. Oh. Wenn du nicht wusstest, äh... Was hätte denn der Reverse eigentlich bewirkt? Ja, wenn ich jetzt aus dem Game und rausgehe, geht's wieder. Irgendwas von wegen... Oh Gott, wo war das denn? Hier, äh... Eher, go in reverse. Also, das... Ich hätte jetzt darunter verstanden, ähm... Dass du halt, äh... Versus. Oder sowas, ja. Genau. Aber natürlich nicht. Nach hinten gehst und sowas. Ja, bo hat mich kaputtgemacht. Ich hab's noch hier oben. Slash... Pong. Pong? Was? Was ist Pong? Tipp mal Slash ein. Ohne nen Namen. Was? Es wird nur dir angezeigt. Äh... Ah, ja. Habt ihr alle die cute Asian Boys oder ist das... Ja. Stuntro and Dummy Command. Als Beschreibung. Wollten wir nicht ne Kneipe bauen, Jungs? Was wollt man ne kleine bauen? Mit Taverne? Ja. Aber wo? Warte mal. Ja, da muss jetzt einer von euch gucken. Sobald ich fliege, kann ich mich nicht mehr bewegen. Theoretisch... Also, was der mittelste Punkt wär, wär hier... dieses schmale Häuschen ist, dass man das ein bisschen erweitert. Wir können ja ne Kellerbar machen. Wir bauen die einfach in den Keller. Ja, aber ich würd das trotzdem ein Stückchen aufreißen und ein bisschen weitermachen und kann man ja da... in den Keller laufen. Ich hatte just so eine schöne... so einen schönen Fußboden hier eingebaut. So. Wird das so ne geheime Kellerbar jetzt? Ja. Das hab ich bei mir auf irgendeinem Server auch mal gemacht. Warum reißt du jetzt das ganze Haus ab? Wenn ich's noch ein Stück hin verbreitern wollte... das war... das war schon sehr schmal. Ähm... ungünstig. Es muss auch ein bisschen länger ankommen. Also müssen wir nach hinten auch noch ein bisschen fahren. Ja, dann sind wir am Feld. Das ist blöd. Dann müssen wir um die Ecke. Oder halt hier runter. Wo wir's jetzt breiter machen. Musst du in die Richtung runter. Okay, dann muss ich eins bauen. Zu. Warte, dann probier's mal. Ähm... So. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich hier noch ein bisschen weiter raus. Hoch. Wo er dann hier reinkommt. Ach Jungs. Ich brauche mich doch nicht immer zu hier. Ja, guck mal. Wer ist denn da rausgekommen? Ja, ich hab dann... Nachdem ich da die Steine weggekloppt habe. Dann macht mal hier den Abgang. Dann würde ich ihn aber schon... drei breit machen auch. Ja. Warte, dann mach's mal. So. Ich mach jetzt mal kurz Testtreppen. Um zu gucken. Ähm. Ab wo dann. Naja. So. Geht mir das raus? Oder muss ich noch hören? Moment. Ja. Nö, das sollte... Versteig. Aaaaaah. Also noch ein raus. Ups, Entschuldigung. Dann würde ich hier unten anfangen. ja hier so passt es also da kannst du dicht machen, genau guck mal, praktisch, Höhle pass mal auf, nachher hocken dann die gesamten Dorfbewohner dieses Dorfes nur noch unten in dieser Höhle nur noch da unten drin, weil sie da weit weg genug von den Viechern sind ja und weil es Alkohol gibt wie Alkohol trinken doch nur Apfelsaft achso hast du hier schon mal irgendwelche draußen gesehen? mal probier das mal so aus äh 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 du bist jetzt immer so groß schau t oh es ist eventuell ein bisschen dunkel aber eventuell schürzt ja ja hi aber noch eine andere Treppe, aber eigentlich könnten wir das jetzt was lassen eigentlich können wir das so lassen ich finde das in Ordnung ja du das weiß ich noch nicht, ich hab jetzt einfach ein bisschen aufgebuddelt ach war dieses Gänkchen hier? ja ja das ist die Höhle, die wir vorhin so gebuddelt haben hier unten muss irgendwo der Dorfbewohner rum hängen ne da ist nix genug, da war das scharf ach da war's scharf er hat sich er hat sich da oben in seine Höhle gebastelt seine Kneipe sich dann im Haus wieder hochgebuddelt, ne? ja dann würde ich hier so einen Eingangsbereich machen oder nochmal eine Tür und da wo du jetzt buddelst kommt dann die Kneipe rein ich buddel jetzt einfach mal an blumma ja ich überlasse euch das kreativ sein ich mach dann Deko oh da, so weit sie da brauchst du nein jetzt gemacht er versucht aus dem Loch zu fliegen ist gleich ach quatsch, weiter Server ist das schön ich find das überhaupt nicht schön so, äh, ich hab das Dorf mal ein bisschen mehr populiert weil's irgendwie war dann doch recht weniger haben wir müssen hier? also hier hätte ich halt dann wie populiert hoch, dann kam er wieder populiert? ja, mit Dorfbewohnern hast du populiert? nein, ich habe Eier verteilt aber das ist nicht so brutal aber das ist nicht so brutal das klingt falsch das klingt einfach Au! Entschuldigung, ach du bist gar nicht im Gehen ne, noch nie wieder ich hab gerade nur Eier, äh, Eier Erde weggeklatscht darf ich hier noch in so der Rücken raus ein bisschen anscheinend raus ein bisschen oder nicht? oder wie? so hier so in die Richtung? also hier hätt ich nie also hier hätt ich nicht so viel ich hätt hier halt so'n kleinen Eingangsbereich quasi gemacht und dann da an der Tür weißt du einfach nur was und dann meinst du das reicht schon als Kneipe oder nicht? ne, und hier ist das wie die Kneipe das kann, da kannst du jetzt da in die Richtung wie du willst ich buddle jetzt nicht einfach halt noch ein nur hier hätt ich halt dann nur den Eingangsbereich da hätt ich halt nicht größer gemacht ja, ist doch ok genau ich, äh, überlasse euch da das Feld, wie gesagt, ich buddle ich buddle ich habe im Moment echt grandiose FPS 2 ich bin jetzt total verstauntlich ah, da oben ist Wasser das ist möglich Asuka hat das Feld angebuddelt das ist möglich aber hab nur zwei Wasserstimmen getroffen also eigentlich dürfte oben im Feld selbst diskutiert sein ist ja nur noch unten weggelaufen dann ah ah na haben wir wieder etwas gefehlt? Schild? Schweine